Hallo und herzlich willkommen zu Videospaß mit Morgi in einer neuen Folge von Der Herr der Ringe Online mit Alex und Darius. Hallo! Moinzeln! Wir sind hier mitten im Hübelgrab von Ringdor. Wir kämpfen uns gerade unseren Weg hinaus. Wir haben nämlich Umnen den Nemesis des Grabes getötet. Einen übelgelaunten Untoten, einen Geist, um genauer zu sein. Und nun werden wir uns dem letzten dieser Nemesis. Nemesi? Was ist eigentlich die Mehrzahl von Nemesis? Nemesisse oder Nemesi? Ich glaube, der Nemesis, die Nemesis. Die Nemata. Nemata. So. Nach einer kleinen Deutschstunde. Wir können es dir gerne in den Kommentaren da lassen, weil ich weiß, dass all meine Zuschauer natürlich äußerst gebildet und gut aussehend sind. Lass mir einen Kommentar da, wie es wirklich heißt. Die Nemesis, Nemesi oder wie auch immer. Danki, Ranki. Dieses Tier, das macht mich echt fertig, hä? Als Letztes geht's da hoch. Da hoch? Richtung Norden. Ah, okay. Wohlan! Mindestzeit, Sekunde. Ja, ich hab hier noch, noch hier in der Mitte, also. Das Bullen im Dreck ist hier unten rechts angezeigt. Ja, das stimmt, aber wir müssen ja auch noch urheilte Texte sammeln. Ja, jetzt gehen wir erstmal nach oben. Wir wollen sowieso eigentlich, oder haben die Ambitionen, jeder Züge gerade zu erkunden. Das seh ich genauso. Es bringt nichts, nur einen Teil auszumerzen. Wir müssen tatsächlich die kompletten Hügelgräberhöhen säubern von dem Übel aus dem Dunkeln. Ich will gar nicht wissen, welche dunkle Macht diese Unheul, die hier zum Leben erweckt hat. So, dann würde ich vorschlagen, wir gehen mal zu diesem, diesem Grab hier unten, oder? Ja, genau. Auf jeden Fall noch was zu tun. Ich will mal ein bisschen was kündigen. Das wäre jetzt ein alter Schwede. Frankie denke, jetzt war ich einfach mal der Meinung ab. Ich sag ja, bei diesem Vieh habe ich Angst. Das ist mir suspekt. Das sieht super witzig aus, aber es ist gleichzeitig auch. Überleg mal, du bist nachts im Wald im Begegnis so einem Vieh. Also so schnell, so schnell rennst du und bist noch nie nach Hause gerannt. So, hier geht's rein. Guck mal, da so eine kleine Ratte und Reiki denke ich, bam. Ist ja zum Frühstück. Das sieht krass aus hier. Ja. Ich würde die, die, äh, die Kopfschlosen. Die kriechen in Hände. Wir sind eigentlich eigentlich wirklich in die Köpfe, Frankie. Die müssen nicht mehr passen. Stimmt. Gehst du Säume? Ja. Und vor allem, wie der rennt. Ja, ja. Ich glaube, aber theoretisch müssen wir hier jetzt wahrscheinlich auf einen Respawn kommen. Weil, äh, ich glaube in der Kammer, wo wir gerade auch die Säule geholt haben, ich glaube ich, der Nemesis ist aus diesem Grab. Aber es ist halt, dass er hier irgendwie rumrennt. Wir werden ihn finden, früher oder später. Und ihn dann seiner gerechten Strafe zuführen. Okay, hier ist erst mit nichts. Faulender Grab-Einhalt. Es ist gar nicht so leicht, hier die Kamera zu halten, dass man nicht dauernd Wurzeln im Gesicht hat. Also, gute Efeu hier, der hier von den Wänden. Ja. Geht's hier nicht weiter? Hier geht's nicht, nur hier geht's weiter dann. Aber auch nicht mehr, ich glaube, das ist nicht so groß hier. Warte mal kurz. Wir würden so guten Zwergenfreund hier verlieren. Ja, Hob-Sim ist wirklich sehr ungestüm. Nicht, dass ihm das mal zum, zum Behängnis wird. Hm, seltsam. Vielleicht sollten wir uns aufteilen und jeweils in einem der größeren Räume warten. Ja, wartet ihr beiden hier. Oder ich bleibe hier und ihr beiden geht woanders hin. Ich hab ja Denkiranky dabei. Das wäre natürlich witzig, wenn wir jetzt hier eine ganze Folge lang warten und die nehmen, also das eigentlich hier gar nicht spawnen. Das wird nicht passieren. Ich lese es nämlich nach. Ja. Wir haben noch ganz schön viel abgeschlossen schon hier. Ja, wir sind tatsächlich schon durch. Brissel, Fekferr und Fergandir. Ja, die sind alle drei im südlichen Fügelgräberhöhen. Und Grabmoos ist dort wahrscheinlich auch dann. Ja. Das ist so eine Iniquest, oder? Nein. Aber Hautirchit ist das größte Fügelgräber. Also das ist richtig riesig. Da hat man gut was zu tun. Buddeln muss ich noch und die Todesspitze. Ja, Buddeln machen wir jetzt im Süden, von hier aus gesehen. Nun, Freunde. Mir scheint, hier gibt es keinen bösen Geist. Lasst uns weiter die Gräber durchsuchen. Hier geht's lang. Ich finde eigentlich meinen neuen Helm. Ich habe ihn noch gar nicht richtig begutachtet. Lasst mal sehen. Das möchte ich sehen, Herr Gnagy, wie ihr mit dem Kopf voraus auf einen Unheil zusprintet. Gibt es eigentlich einen Rammangriff oder so? Äh, Kopfstoß, genau. Moment. Moment, das zeige ich euch. Schaut her. Sieht man, dass ihr den Kopf einsetzt? Tatsache! Genial! Wie so ein Disco-Türsteher, ey. Ränky, Ränky hat sich wieder Freunde gemacht. Nun. Ich habe überhaupt nichts mehr angezeigt auf der Karte. Soll ich vielleicht mal noch tun hier. Ganz unten ist noch was. Grab muss sammeln. Buddeln und Grab muss sammeln. Buddeln müssen. So weit unten nicht. Erstmal müssen wir noch einmal Buddeln. Und dann geht es erst mal ans Quiz abgeben. Äh, Lager von Hintz. Wir müssen noch einmal zur Todesspitze. Wir müssen noch einmal mit unserem Wander in den Schatten sprechen. Ja, dann auf in den Süden. Ich freue mich aber am besten, wenn er zum Lager geht muss. Ich muss mein Inventar ausräumen. Ja, können wir auch machen. Gute Idee. Meine, meine, mein Rucksack und meine Satteltaschen platzen auch schon noch aus allen Nähten. Ja gut, dann rennen wir halt dann wieder hin. Ja, das muss eigentlich alles total perfekt sein. Ich grüße euch. Also sie bedanken sich hier erstmal für das Töten der ganzen Kreaturen, ne? Und falls ihr euch das durchlesen wollt, könnt ihr gerne anhalten. Hier kommen wir nicht reparieren. Ist ja bloß ein Händler. Ja. Okay, reparieren. Kein richtiger Scherenschleifer. Der wird doch auch eine schartige Akzene bekommen. Blattschneider. Kein Scherenschleifer. Kein Scherenschleifer. Ja, weil das ist noch so ein geflügelter Begriff. Scherenschleifer bei uns. Nun, okay. Ach, dieses Wort kenne ich nicht. Krankheitsüberträger. Gut, sie bedankt sich, dass wir hier... Sucht beim Totensitz nach den anderen Führern. Okay. In Ordnung. Dann lasst uns weiter eilen. Gehen wir zuerst zur Todesspitze, würde ich sagen. Ja, Opsim. Obwohl eigentlich eine Maßnahme wäre, wenn wir eh gerade hier sind. Äh. Ja, nochmal mit Tom Bombardier zu sprechen. Was kann ich für euch tun? Tom Bombardier nochmal? Haben wir noch Quests übrig, oder? Ja, wir müssen nochmal zu ihm hin, wegen dem Buch. Stimmt. Würde jetzt gerade gut Sinn machen, auf jeden Fall. Nun gut. Dann lass uns den alten Tom besuchen. Er war sehr gastfreundlich. Ja, der Opsim, der kennt den Weg. Der kommt schon, siehst du. Oh. Die Geräusche, ey. Achso, dann soll das die Kribbein sein. Wenn man von hier kommt, das ist in einer Nähe gleich die... Die Kribbein-Hexe. Genau. Also der ist besonders gut getroffen. Dieser düstere Wald hier. Und da ist er. Und die unglaubliche Musik. Hey, ihr da, bleibt doch eine Weile. Oder habt ihr solche Eile? Ostrongroth, sagt ihr? Das ist ein düsterer Ort, voller düsterer Gestalten, von dem ihr euch fernhalten solltet. Aber wenn ihr müsst, dann müsst ihr eben. Und ich werde euch nicht aufhalten. Schön, wenn ihr... Schön, dann kommt näher und ich werde euch berichten. Ja, dann kriegt ihr hier ein Schwert. Talang. Aha. Was kann ich für euch tun? Ich muss kurz wegen der Musik innehalten. Und einen Schluck Wasser trinken. So. Die großen Hügelgräber sind nichts für schwache Herzen oder zartgliedrige Typen. Verdorbene Unheule und Herren des Bösen ergötzen sich an dem Schrecken, den sie über andere bringen. Den alten Tom haben sie nie erwischt und das wird ihnen auch niemals gelingen. Er ist der Meister. Wenn ihr gehen wollt, wird Tom euch führen. Ja, klar, da wollen wir auf jeden Fall hin. Ja, Vorsicht. Das ist aber eine relativ lang anhaltende Instanz. Eine Instanz ist das? Ja. Das wird in Instanz automatisch gemacht. Off-Rong-Groff. Ah, ich kann mich erinnern. Zugegab. Ja, okay, wird das nachher. Also das würde ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr anfangen. Ja, gut. Das ist die Frage. Sollen wir das das letzte Mal machen? Dann reiten wir jetzt nochmal zurück in die Hügelgräber und machen dort weiter. So, genauer. Alles klar, dann los geht's. Jetzt wird mir das nämlich auch angezeigt, alles. Auf dieser Karte hier besser, als auf der anderen. Ich bin gespannt auf dieses Off-Rong-Groff. Und wenn Tom Bombadil mitgeht, kann uns ja nichts geschehen. Ich finde es total krass gerade. Im Moment hat sich das Icon für meinen Beutel, für meinen Gegenstandssack hier verändert. Bei euch auch? Ja, das ist, weil er besonders voll ist. Oder besonders leer. Ah, okay. Ich dachte schon, oder? Hier schon, ich fest angenommen, Flucht gehen Zügen. Na, Frau? Ja. Da reiten wir ja jetzt auch hin. Ja, erst zur Todesspitze und dann zu den südlichen Bre-Feldern, oder? Ich habe nämlich gesehen, also nicht ich, sondern Gnagi hat das gesehen, mit Wohlwollen, dass es bei der Off-Rong-Groff-Instanz-Quest eine zweihändige Axt gibt. Als Belohnung. Und diese, das ist schon ein ganz schönes Ding, diese Todesspitze. Ah, da hinten. Jo. Freunde. Dort hinten rennt der Geist umher. Ich habe ihn genau gesehen, zwischen den Steinen. Dann nichts wie hin. Gruseliger Typ. Wandern, das Schatz. Gefunden für die Hand. Noch verloren für den Arm. Noch verloren. Noch verloren. Boah, das ist krass lang. Aber egal. Ziehen wir das durch. Ich muss auch schon Wasser trinken, sonst schaffe ich das nicht. Zerrissen und zerschmettert. Metall und Knochen. Leben blutete in den Boden. Im Schatten des Steins. Eine Wand. Zeigt nach Süden, in dessen Erde einst die Toten schliefen. Auf kaltem, auf kaltem, geheiligten Grund, wo Tote schlafend lagen, erweckt, um zu sehen, unseren Schatz gestohlen. Dort, bei unseren Gelehrten, schlafend und von uns gegangen, sagte mir mein Bruder, lebe wohl. Jetzt auferstehen die Toten, wühlen die Erde auf. Jetzt verflucht von dort, wo ich einst fehl. Unser Fluch wiederholt, sollen wir wandern, bis die Toten alle bezwungen. Besiegt Grab und Unholde dort, wo die Plünderer den Cardolan-Schatz platziert haben. In Ordnung, mein Freund. Das werden wir auf jeden Fall machen. Hä? Die Brüder, nicht die Plünderer. Das ist ja... Die Brüder? Ja. Ach, seine Brüder, ja. Ja, genau. Jetzt. Danke. Ich habe hier diese, die restlichen Grabursteine eingesammelt. Du auch, Hapsen? Ich glaube, habe ich gemacht. Dann, äh, machen wir unser Bruder direkt fest nochmal. Fertig? Ja. Dazu reicht die Zeit noch und dann... Genau. Wo muss man... Wo muss man... Oh. Danke, danke. Daraus werde ich... Werde ich ein wunderschönes Stück für das Blatt einer Axt schmieden. Wo mussten wir noch einmal buddeln? Mal... Lass mich mal auf der Karte schauen. Hm. 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 Und ein Kopfstoß. Hehehehe. Sehr schön. Was? Hier? Ja, eins war da vorne, hier. Oh? Nee, halt. Ich stehe hier vorne. Wo bei mir? Ah. Ich habe ein Schwert bekommen. Aber ich behalte jetzt mal diesen Streitkommen. Der passt besser zum... zum Knargi. Ja, Freunde. Ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle mal einen Cut. Ähm. Und werden das nächste Mal die restlichen Quests in den, in den nördlichen Hügelgräbern erledigen. Außerdem steht ja vor uns die große Quest von Othron-Groff, wo wir zusammen mit, ähm, na, wie heißt er, dem guten Tom-Bombardil hineingehen können. Und darauf freue ich mich schon tierisch. Also schaltet wieder ein, wenn es heißt, Videospaß mit Morgi. Ciao. 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 Ciao.